Heute ist Samstag, der 20. April 2024 und damit herzlich willkommen zu jeden Tag ein Ü-Ei. Heute öffne ich mit euch die Mädchen-Edition des Überraschungseis. Enthalten sein kann natürlich die Eiskönigin, Fosen oder ein anderer Inhalt der aktuellen Kollektion. Wir schauen also jetzt nach im Ü-Ei des Tages und ich wünsche euch einen ganz, ganz guten Start ins Wochenende. Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Heute also wieder ein Inhalt der Eiskönigin, Fosen. Wir sehen uns natürlich morgen hier schon wieder bei jeden Tag ein Ü-Ei. Seid also morgen auch wieder mit dabei. Alles, alles Liebe, euer Stefan von unserem Sammlerteam. Bis morgen, ihr Lieben.